Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7, der letzte Part, den ich in Folge aufnehme, der fünfte. Danach werde ich auch die Kommentare sofort wieder einbauen. Es tut mir leid, es tut mir sehr leid. Ich habe wahrscheinlich wieder hunderte Fehler gemacht. Macht Spaß. Hey, 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 vergiss nicht, mit mir auch zu reden. Das war, glaube ich, ja für sie bestimmt. Stimmt, hatte ich total vergessen. Da war was, was ich dir sagen sollte. Stimmt, genau. Das war gestern ein Mann in einem schwarzen Umhang und kam vom Meer herauf. Ich glaube, er hatte Karten für die Gold-Sossa. Nein, warte, das war es nicht. Ich frage mich, ob das alles so eine Illusion ist. Und hör auf, du gegen mich zu laufen. Okay, ja, ja, verstehe. Das ist alles so eine Illusion. Du geh weg. Oder hast du jetzt einen anderen Text? Das, glaube ich, meint er, weil da so viele Frauen sind. Herr Präsident Rufus kam gestern hierher. Ja, er war der kleine Junge des Präsidenten. Wir gaben ihm den Spitzer und kleiner Präsi. Er sah nicht viel anders aus, als die Surfer anstehen. Okay, er läuft ganz schön im Kreis. Spannend. Macht sie irgendwas? Es hat mich abgewiesen, oder was? Herr Professor Huyo, wo? Scheint der Professor, hat die Lösung zu etwas gefunden. Ich frage mich, ob sie nach der besten Richtung Berkorell gehen. Alles super verwöhnt hier. So, ein Seestern, den will ich einsammeln. Oh, erst mal schwimmen. Ist das hier? Oh, da. Lass mich in Ruhe. Oh, gluck, gluck. Du wirst ja trinken, ich bin... Was? Okay, jetzt waren wir schon. Sachen sind wieder trocken. Gibt's hier was Schönes? Ah, okay. Komm ich hier hoch? Alles merkwürdig. Okay. Achso, gibt's auch nix, oder was? Toll. Komm hier, glaube ich, erst mal nirgendwo hin. Kann ich hier denn zur Seite? Nee, glaube nicht. Dann rennen wir am Strand lang. Können auch spazieren, aber das wollen wir mal. Nee, okay. Okay, okay. Dann gehen wir mal wieder... Hier hoch. Okay. Haben wir hier eigentlich alles abgefrühstückt. Mal sehen, ob wir jetzt hier rausgehen können. Nee. Da dann können wir. Und schauen wir da mal. Achso, jetzt sind wir auf der Karte, oder was? Wie sieht's aus mit meiner Elite-Truppe? 1919. P.A.S. Wir werden kurz mal das Telefon rausholen. Den Pager. 19... Ich warte mal, bis die 20 sind, dann wäre ich Bölbe zumindest mal herein und wechseln. Guck mal, ob wir da nochmal Substanz irgendwie verkaufen. Okay, hier gibt's nichts. Ich will die Fragen nicht beantwortet haben, aber ich frage mich, ob es nachher später irgendwann ein Schiff gibt. Oh, den muss ich bestellen. Mach du mal einen normalen... Warte mal, was hast du jetzt bei Zaubern? Okay. Schlaf. Schläfe mal ein. Hier ist kein Aufruf. Der Schimmer. Okay, Mist. Oh, cool. Schlecht. Nichts zu stehen. Na, okay, okay, dann passt das. Ähm, Klimmgefahr. Äh, sieht halt richtig episch aus, die Waffe. Ähm. Mach einen Angriff. Bam. Was ist das überhaupt, so ein Metall-Ei oder was? Ü-Ei, Metall Edition. Okay. 2000? Hat der 2000 gegeben? Irgendwie fühlen wir uns noch ganz schön über... Overpowered an, habe ich das Gefühl. So, genau, da ist die Stadt. Und dann musst du aber durchs Gebirge und alles. Sehr schön. Erstmal ein bisschen Erkundungstour. Können wir ans Wasser? Nee, können wir nicht. Dann noch ein Kampf, immer rein. Immer rein. Liebe Kämpfer. Probier's mal aus, aber ich denk mal, hier ist wieder nichts zu stehen. Nicht, halt nicht zu langsam. Nicht zu stehen, okay. Blitz und Bio. Ja, mach einfach... Könnt natürlich auch einen Aufruf starten. Kostet... Alter, hier. Kostet 14, kostet 14. Ich würde halt super gerne... Ja, wir warten noch. Zumindest, bis das eine größere Gruppe ist. Macht erstmal normalen Angriff immer. Das schon. Hier ist ein Muster eigentlich, aber nee, komm. Mach einfach sowas. Sollte passen. Uhu, okay. Kann ich den bestehen? Okay, Circle. Nein, wirklich? Ah, okay, okay. Okay, mach du nochmal einen... Du hast ja auch alle, ne? Aber nicht hier drauf, okay. Iris. Ne, wart mal Iris, mach mal einen Angriff. Und jetzt will ich mal bei Ben den hier sehen. Und mal sehen, wieviel er macht. Höllenfeuer. 34. Das ist ja mal mega geil. Krass. Sollte meinen Wortschatz erweitern, ist mir mal aufgefallen. Bei mir gibt's nur geil und krass. Und mega. Hat auf jeden Fall genügend Schaden gemacht. Ich weiß nicht, ob man die einzelne bestehen konnte. Man muss anders bestehen können. Anders nehmen. Ich glaub, weil mehr Viecher da waren, gab's dann auch mehr Kohle. Okay. Sehr, sehr cool. So, hier können wir bestimmt nicht drüber. Ne, gibt dann nur den Weg. Schmeißt mich zu mit Kämpfen. Wir haben so viel Wiederherstellen dabei. Dass das alles okay sein sollte. Ne. Sehr geradlinig, was ich sehr begrüße. Ich würd grad sagen, gar kein Kampf. Okay. Oh. Angriff von Seite. Mach mal einen normalen Angriff. Ich will stehen. So. 300. Kranker oder was? So, stehen. Ich weiß. Ach so, okay. Ach, das ist Red. Ich dachte, das wäre noch ein Gegner. Na gut. Lustig. Blitzrauch. Was ist denn Blitzrauch? Wie viele Items gibt's denn hier, verdammt Oma? Ich konnte ihn nicht mal stehlen. Bei Objekten, ne? Vielleicht ist das auch ein Item. Alter. Blitzrauch. Blitzrauch 2. Wahrscheinlich irgendein Objekt, was wir im Kampf benutzen können. Nun schauen wir mal. Vermutlich. Da ist eine Höhe, ne? Braucht man dafür ein Schokobo? Ja. So, was haben wir hier? Da können wir aber... Geht nicht ab. Okay. Cool, wie die Kamera sich mitdreht. Vor allem so sauber. Hattest du da auch nicht? Immer 97? Klar, ist hier langsamere Bewegung, aber trotzdem. Ähm. Er macht einfach einen Angriff. Ah, okay. Hä? Okay. Ähm. Mach auch einfach einen Angriff. Geh einfach drauf. Wir haben noch nichts zu befürchten. Jetzt haben wir was. Oh, jetzt wird's hart. Hm. Normaler Angriff. Stehen. Kann sie stehen? Nicht zu stehen. Sag mal. Okay. Vor allem, dass wir machen einen Aufruf, aber gleich mit Iris. Schokomob fülzen. Ja, komm. Schokomob. Mock. Ne Schokomob. Ich würde die fast echt nach vorne stellen, damit die mehr, damit die Limit schneller voll haben. Bei Heilen und alles ist ja nun verfügbar. Ich glaube, das wäre Klemmer. Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher. Was, der hinten ist nicht weg, oder wie? Sag mal. Das war ziemlich verzöger. Hat Redden eine bessere Grafik, oder was? Gab ein Update? Irgendwie sieht der geiler aus jetzt noch. Okay, den können wir auch gleich mal austauschen. Also nach nächsten Kampf austauschen. Brauchen wir hier einen Schokobo, oder was? Kann Schokobo springen? Ah, nee. Hier geht's in die Hürde. Oha. Gibt's denn hier? Aha. Einen Typen. Der hat keine Haare auf dem Kopf. Puh. Ja. Du sprichst tatsächlich mit mir. Was? Was ist das? Ich bin da gerade an einem Typen im schwarzen Umhang vorbeigekommen. Oh. Ich hab versucht, ihm zu sagen, dass es weiter hinten gefährlich wird. Aber er hat mich ignoriert. Was heißt, wenn er dich angegriffen hätte? Seffi-Grow. Hm. Ich geh weiter. Sagt Red. Ihr sagt, war da auch so ein Typ mit schwarzen Umhang? Was? Manchmal bin ich echt verwirrt. Weiter hinten wird's gefährlich. Pass unterwegs drauf. Sollten nicht Fremde unterwegs herzlich begrüßen? So grüßt sie. Auf jeden Fall zu. Puh. Der Müll. Der Straße. Wird. Okay. Aber von mir aus. Oha. Stehen. Oh. Hier können wir auf bei Stehen. Dreht euch. Dreht euch. Schultertasten. Oh. Da haben wir ein normaler Schwein gehabt. Ähm. Mach mal normalen Angriff. Angriff. Mal sehen. Weich gestohlen. Das ist ja wichtig. Vielleicht. Das ist aber auch nicht ein Bienen. Ich glaube von dem Vorderen, ne? Gibt dann immer nur dasselbe zu stehlen, ne? Nichts zu stehlen. Okay. Hab da mal Glück an. Glaub ich probier's einfach mal aus. Ah, alle Ebene und Blitz Ebene plus. Sehr cool. So. Er sitzt da noch vollkommen tiefenentspannt. Jetzt kann ich das PRS nicht benutzen. Das heißt, wir gehen kurz raus. Weil er ist Stufe 20 und Burbank noch 17. Ah. Ich kann ihn abnehmen, ne? Mit einem Klick. Das war der falsche Klick. Substanz. What? Alle entfernen. Wie ist alle entfernen? Also ich kann's einzeln machen, aber. Vielleicht ist das so ein Wechseln. Sortier die einfach mal runter. Bevor ich jetzt Ewigkeiten durchprobiere. So, und Burbank kriegt dann auch das Einschacht-Ding. Ja. Und dann ist Iris voll. Und dann kann die nämlich... Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Alles gut. Achso. Ja, vielleicht hätte ich auch warten können. Na ja, toll. Komm, passt aber. Ich kann nicht, wie da doch geht. Sehr cool. Aber vielleicht wären wir jetzt auch da hingekommen, aber. Weiß ich ja nicht. Hallöchen. Ballet. Ah, der ist eben eine 18. Und ist denn der hochgelevelt? Tausche ich? Ja gut, jetzt habe ich ihn dir abgenommen. Ich würde eigentlich eher alle drei Level tauschen wollen. Würde mit Iris dann auch besser aufgehen, ne? Könnte er echt dann besser aufgehen. 20. Ja, wenn er 21. Ja, komm, wenn er 21 ist. Dann habe ich ihn gespeichert. Ich glaube hier. Okay. Ja. Erspart und setzt kostbare Zeit. Nicht zu stehlen. No. Hier haben wir einen Ebenenaufstieg. Ja, sehr gut. Könnten wir weich auch nochmal angucken. Das hat ja der Händler gesagt. Aber ich glaube, der hatte keinen weich auf Vorrat. So, Blitz hoch. Haben wir sogar was bekommen, ne? Hat man glaube ich vorher nicht. Äh, Objekt. Was ist weich? Wahnsinn. Blitz hoch. Ne, dann war war ich irgendwas vom Status. Warten mal, ah, hier zwei mal eins von 35, was? Angriffschender. Ich werde sie wahrscheinlich nie benutzen, die beiden Dinger. Okay. Das ist wohl weich, aber ist erst mal Banane. So, schon ins Leuchten. Rein geht's. Ist ja noch kein Kampf. Warum nicht? Ist schon eine super Atmosphäre. Okay, da werden aber bestimmt noch Kämpfe auf uns warten, oder nicht? Aussichtsplattform, okay. Ah, sieht interessant aus. Oha. Geil. Will einmal stehen versuchen. Ich glaube, so für Schaden machen wir es auch nicht, ne? Ich wollte ja nicht wieder nach vorne stellen. Konnte nicht stellen. Ähm, na. Gehen wir nochmal auf stehen. Und hier auf Angriff. War's schon. Können wir auch einschläfern. Könnte nicht stellen. So, nächstes Weg. Oha, 299 mit normalen Angriff. Geil. Dass der, dass der auch immer sein Vakuum zieht. Muss ja mal erfolgreich sein. Vielleicht kann ich dann einen einschläfern. So, mal sehen, ob wir jetzt können. Okay, das klappt reibungslos. Na, will ich mal schauen, was der so schönes bei sich trägt. Da dürfte eigentlich noch nicht gesetzt sein, was rauskommt. Hat er bei mir letztes Mal noch auch funktioniert. Wie oft noch? Gleich darf ich bei ihr noch nicht auf... Kann ich mit dem Speichern auch mal gucken? Das hat schon entschieden, ne? Gefällt mir nicht so, da. Dreimal noch. Eins. Komm. Zwei. Drei. Ob der beim Schlaf besser stehen könnte? Ich würde schon gerne sehen, wie die ihren Limits schneller... Ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt kommt ein Bosskampf. Ähm. Ich probiere es mal aus. Vielleicht ist das Quatsch. Aber eigentlich kriegen sie mehr Schaden und damit werden die Limits schneller ausgelöst. Teilen und alles kann ich ja. Wäre ich ja eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich laufe jetzt einmal rum. Okay, warum? Kann ich hier rein? Kann ich hier irgendwas machen? Ich glaube, ich kann hier nichts machen. Was ist das? Reaktor 27 oder wie? Kann ich hier lang? Wo bin ich? Da. Komm ich... Ja, hier komme ich lang. Gibt es hier Schönes? Einen Kampf. Vielleicht irgendwas Besonderes. Uff. Ich würde so gerne bestehen. Mach mal einen normalen Angriff. Speichern. Machst du denn gleich? Ja, ne? Ja. Oh, Diamantennadel gestohlen. Cool. Es ist halt Red, nämlich gleich sein Limit. Schreckzahn. Der ist eh bestohlen. Der kann weg. Schon lustig, ja. Auf den wäre sinnvoller. Konnte nicht stehen. Ja, probiere ich das nochmal? Das ist blöd, weil er seine Attacke hat. Vielleicht kann man den wirklich erstmal schon bächen. Oder ist er gleich weg? Das Diamantending ist neu. Das hört sich irgendwie ganz cool an. Ah, jetzt hat er wieder seine Attacke. Mist. Ich würde ihn ja jetzt wegkauen. Hast du aber zu lange, ne? Komm, einmal noch. Wenn nicht, lass was. Konnte nicht stehen. Ja, dann hast du Pech. Schon wieder um Kontrolle angewickelt. Wir müssen endlich bei PlayStation 3 ankommen. Ach, schade. Ach, schade. Ja. Was willst du machen? Iris ist fast auf nächsten Level. Speichern. Können wir hier nix machen, ne? Aber war ein schöner Ausflug. Ich glaube, hier können wir echt erstmal nix machen. Mal sehen. Vielleicht kriege ich das hin. Erstmal Ben. Dann Red. Speichern. Na gut. Bleibt bei denen eigentlich das Gift? Diamantnadel. Okay, Diamantnadel. Okay, haut den erstmal weg. Ben ist giftig. Ach so, Iris hat... Ah, vielleicht sollte ich mal heilen. Würde ihn super gerne bestellen. Könnte bestellen. Dreimal versuchen wir es und dann lassen wir es. Diamantnadel. Okay, okay, klappt das so. Ähm, Zauber... Angriff. Heilung. Oh. Warum hat er... Warum hat er da keine Substanz mehr? Iris hat aber noch. Ja. Hatte ich einfach Iris genommen. Kann jetzt eh nix sinnvolles mehr machen. Gift muss aber weg sein nach dem Kampf, ne? Ist ja schon alle eigentlich wieder voll. Pass auf. Ah, und Iris hat ihren... Ja. Direkt nächste Runde. So erreichen die halt ihr Limit schneller. Was ja nicht ganz cool ist. Wenn sie alle ein bisschen mehr Schaden bekommen. So, Ebene 20. Einen müssen sie noch. Kann das sein, dass Barret einfach von mitgelevelt ist. Also bei den letzten Parts. Von 17 auf 18. Bin der Meinung, der war auf 17. So, okay. Ja, wohin gehen wir als erstes. Hä, warte mal, glaube ich. Was gibt's denn hier hinten? Jetzt hat die Frage nicht, dass es da weiter geht. Nein, nein, dann würde ich erst mal hier unten lang. Das ist ein Speicherpunkt. Cool, dass das hier nicht irgendwie mit Farbbändern oder so gelöst haben. Das fand ich bei Final... Äh, bei Resident Evil immer ein bisschen nervig. Ich meine, mir mit dem Schnellspeichern war es egal, aber... Okay, äh, Ben macht mal einen Angriff. Klar, okay, er macht's auch einen... Naja, bloß das Versiegeln oder was? Ein halender Wind. Sieht jetzt nur aus bei den Kollegen. Mach mal ein halender Wind. War's schon. Ist das dahinter ein Mini-Me oder was? Was, der ist immer noch nicht weg? Ein Bomben-Schlag. Sieht krass aus. Ich speichere immer. Wollte mich... Aber er ist halt wieder ein neues Limit, ne? Ähm, trotzdem soll sie erst mal versuchen zu stillen. Ich will zumindest wissen, was jeder Gegner-Typ hat an Items. Ich frage mich manchmal echt viel hoch die Chance ist. Nachher liegt sie so bei 8% oder irgendwas. Könnte aber sein, dass sie jetzt stirbt, ne? Was ein bisschen blöd ist. Ja, wir haben genügend Phoenix-Federn. Aber wir sind eigentlich Kohle-Wert. Na ja, gut, kämpft mal mehr. Ist ja alles, für alles gibt's immer eine Lösung. Wie oft darf ich noch? Okay, gib mir noch dreimal. Eins. Zwei. Drei. Warte, dann machen wir folgendes. Limit. Einender Wind. Besser. Ist schon cheaten, ne? Ist schon cheaten, was ich mache. Nicht, dass der bläbt sich auch wieder auf. Feuerball. So ein Feuerball-Jungel. Sollt ihr heilen? Nö, komm, passt. Ah, le tjut. Nicht wieder auf Ehre-Store. Red-Wechsel-Limit. Ja gut, die pushen jetzt ihre Limit-Zeit richtig gut, aber wird härter. Na ja, solange uns der Schnellspeicher nicht verlässt, das glaube ich alles gut. Ähm, ich würde mal mit einem Heilen abwarten. Weil hier können wir im Menü immer nur einen, also warte mal, was haben wir denn bei Red gemacht? Das ist das Wiederherstellen nicht mehr. Ach so, er hat nichts Verbundes mehr. Wäre das Zweier-Ding fast besser gewesen. Wie sieht's denn bei seiner Waffe aus? Macht halt weniger Schaden, ist aber verbunden und ich kann damit heilen. Was mir eigentlich fast besser gefällt. Ach so, Diamantnadel, ne? Oh, okay, die hat aber noch mehr Fächer. Macht 33 hat aber noch mehr als der Mitrierclip und den hatten wir, glaube ich, vorher. Ja, wir benutzen Diamantnadel. Ja, okay, das ist gut. So, und hier würde ich dann nämlich, so, was haben wir denn hier drin? Erde. Nehmen wir raus. Erde. Hier soll zwar alle ein. Wiederherstellen, nehmen wir raus. Hier soll zwar wiederherstellen ein und hier soll zwar vorher ein. So, und dann können wir noch eine mit Leveln. Alle wäre vielleicht wichtiger, ne? Ich glaube später, ich denke mal, da werden ja mehrere verbunden sein, ne? Beschwert euch, beschwert euch. Ne, gerne Tipps. Da ist immer top. Fähig Tipps ab. Top, fände ich. Also, vielen Dank auch. Das sehe ich nicht als eine Selbstverständlichkeit an. Macht mir aber Spielen dann wirklich wesentlich einfacher. Aber ich dachte mir schon, dass ich hier dann irgendwie hinkomme. Er macht jetzt ein bisschen weniger Schaden, kann aber gleich mitteilen. Was super duper ist. Und er ist ganz sicher auf Stehlen versteifen. So. Ah, dann zieht er wieder ein Vakuum. Mach einfach einen Angriff. Limit! Ah, er sollte eigentlich heilen. Na gut. Geh mal auf ihn hier. Was nicht zu stillen lohnt. 19, das ist auch noch. Das letzte Angriff. Der, von dem man stillen kann. Oh, und der lebt noch. Der müsste jetzt leicht zu bestehend sein. Ich glaube, hier ging nix, ne? Warte mal, will ich nochmal gucken? Konnte nicht stillen. Aber ich weiß halt nicht, was der hat. Hatten wir den schon mal erfolgreich bestohlen? Konnte nicht stillen. Sag mal! Einmal danach noch. Einmal, einmal gibt er mir noch. Ich denke nicht an. Gut, aber was. Das zählt ja nicht zu den Einmal. Ich geh noch einmal hier drauf. Und werde hier jetzt erstmal einen Haltzauber bieten. Eris, weißt du, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Hau den weg. Könnte ich fast bei Iris noch mal mit reinsetzen, ne? Wenn's geht. Ha, miss. Der ist weg. Der ist weg. Sträng dich an, Iris, bitte. Nur einmal. Einmal Iris. Da muss er super duper Zeug haben. Weich. Ah, okay. Das tut mir leid. Merkst du halt echt, wie ein Limit nach dem anderen zündet, ne? Das ist halt schon ziemlich cool. Lunaris Tempo halten, siehst du? Siehst du? Ist aber kein Ebenen-Upgrade, ne? Ah, Limit. Lunaris Tempo. Ja, sehr schön. Und es geht jetzt so richtig schön schnell. Die anderen dauern halt eh lange, aber solange wir uns das leisten können, werden wir da auch mal so reinpfeffern. Äh, wo bin ich? Deshalb des Bildes. Kann ich hier runter? Ne, ne? Glauben nicht. Super und die... Ah, warte mal hier vielleicht. Oh. Aber ich werde nicht stehlen. Alles gut. Vielleicht noch eine Diamantnade? Nein, reicht. Also ich werde stehlen, aber nicht speichern. Okay? Okay. Das war ein Unfall jetzt. Also dafür konnte ich halt wirklich nichts. Haben aber auch Lehm, ey. Ich mach's ja nicht mehr. Ich hab die Finger weggenommen. Das tun mir leid. Gifthau. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann hat fast wieder sein Limit. Sehr cool. Gepänkt mir so erstmal besser. Mal sehen, wie lange mir das Gegner so handelt. So, ich wollte mal gucken, ob ich hier runterkomme. Ah, gucke mal. Hä? Was ist denn das? Achso, ich bin auf dem Berg, toll. Ich dachte, ich wäre du... Na gut. Warte, da ist ein Pfad. Siehst du manchmal echt schwer mit der Textur? Ist da ein Pfad? Ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht... Also es war nicht bewusst, dass ich jetzt einen neuen Kampf... ...ääh, provoziere. Ne, okay, dann gehen wir mal hier lang. Vielleicht kommt das später noch. Zuerst mal hier lang, ja. Eres. Ah. Aber der ist weg, ne? Beim Nater in die Birne ausgezogen. Könnte mir so vorstellen, dass war 21 schon erreichen werden. Bevor wir unsere Burbank wechseln können, ne? Wieder auf der Weltkarte sind. Ich stehe auskämpfen. Tut mir leid. Wenn es keinen Spaß mehr macht, dann... ...dann wäre es schlecht, weil wir werden oft kämpfen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es wird immer Spaß machen. Ich glaube, ich habe noch keinen Erfolgreich-Bullstuhl. Einmal müsst ihr mir das können. Da gab es dann nur Weich. Aber Weich ist halt eine Menge Kohle wert, ne? Jetzt einfach, ich bin Entdecker von Hobby. Das ist, wenn du dich nicht bald anstrengst. Die Leute haben ja keinen Bock drauf. Die verstehen gar nicht, dass ich das gerne sehen wollen würde. Das ist halt schon schmieden. Ja, ist richtig. Was kommt denn bei raus? Weil viele werden das damals gespielt haben und sich dachten, Mensch, da habe ich nichts gestohlen bekommen. Was gibt es denn da eigentlich zu stehen, ne? Und genau heute sind wir dafür da, um diese Frage zu klären. Fühlt sich auch so ein bisschen an wie am Slot-Automaten tatsächlich. Bloß, dass ich mir den Jackpot erschienen kann. Wenn es ein Jackpot ist, wissen wir ja nicht, wenn was nicht stehen könnte. Okay, ich glaube, das ist eigentlich wirklich kein Sinn. Einmal noch einmal und dann, ich lasse es. Es tut mir leid. Zwei von den Dingern könnten fies werden. Teilen halt ordentlich aus. Aber eigentlich gut, wenn sie ordentlich austeilen. Weil, das teilt meine Limits voran. Ah, jetzt habe ich selbst mit Ehre. Das ist nicht gut. Ich habe dich verstehen gemacht. Sag mal. Nein, er ist tot. Warte, warte, warte. Das gefällt mir nicht. Es wird teuer, oder? Ja, es wird teuer. Oh, ich kann noch einmal stehlen. Cool. Das war wirklich von Vorteil. Könnte die natürlich auch. Könnte nicht stehlen. Äh, mach du mal Heilung auf alle? Es wäre zuckersüß. Aber wir kriegen auch ein bisschen Schaden ab. Ähm, mach ich mal stehlen. Ich stehle doch mal, Eos. Zweimal pro Runde erlaubt ihr mehr. Die Dinger teilen halt wirklich übel aus. Finger sind weg. Was droppt der? Gut, mehr als 590 zieht er nicht. Ah, okay. Ist er auf Ben gegangen. Ja, ich könnte natürlich heilen. Aber was eigentlich viel sinnvoller wäre, wäre das hier. Okay. Ist ja spannend bei dir MP ganz gut. Ich weiß ja nicht, wie lang es ist. Ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass wir uns hier unendlich lang schicken. Ja, sollte er aushalten, Ben. Sollte er aushalten. Das hat sie auf Level 2, ne? Aber gut. Schon alle noch am MP sparen. Super angenehm. Oh, noch ein Bomben schlagen. Ah, schwierig. Man stirbt jetzt keiner. Wieder das Limit voll der Lüge. Gut, so bin ich halt wirklich schön am Limit skillen. Ich werde, glaube ich, einmal Heilung einsetzen. Als Zauber. Hatte ich nicht eigentlich auch einen versteckten? Nee. Zauber. Ja, komm. Benutzt du mal auf, Ben. Sehr schön. Ja, so ist gut. Alle, dude. Ist mega cool. Achso, dann geht es hier nicht mal weiter. Wie genial. Ja, vielleicht aber später. Wo gibt es da was zu stillen? Wer weiß? Wer weiß? Ist nur einer. Weißt du, bei einem kannst du halt schon mal sagen, okay, wir versuchen mal zu stillen. Und jetzt schwäche ich ihn gut. Mal sehen, wie gut ich ihn schwäche. Oh, der ist gleich weg. Okay. Ja, bin ich zu overpower. Das tut mir leid. Ich hätte gerne versucht zu stillen. Aber es hat immer noch nicht was sie haben. Wir müssen irgendwas richtig wertvolles haben. Ich würde, äh, einen würde ich gerne. Ich würde wirklich gerne einen. Bitte noch einen Kampf? Verspreche auch. Wenn ich einen bestuhlen habe. Oh, da ist noch ein Kampf ausgelöst. Es macht Spaß. Es tut mir leid. Oh, äh, was kann man von denen stillen? Irrsas dran. Gib mir was. Ja. Na gut, machst du fertig. Nix tolles, äh. Leben. Würde auch gerne leben. Okay. Ach so, neue Stufe, ne? Alles. Äh. Mach mal alles. Lecker, lecker. Oh, 180. Ah, die mögen keine Kälte. So viel ist klar. Gibt ja nur weich. Na komm, still mal. Braust jetzt keine MP. Wenn da Speicherpunkte ist, glaube ich, sollte weich gestüren. Was ist denn da, klappt es immer ohne Probleme. Ist ja auch nix wert, glaube ich. Na ja. Wie Red sich dann immer schön streckt. Schön gegrindet, schön gegrindet. Wenig, zu wenig gestohlen, aber schon gegrindet. Okay. Ich kann dafür nix stressen, ich beeinflusse das nicht. Na ja. Yes. Das Gute ist eigentlich gut, wenn die so viel Schaden machen. Sag mir doch bitte, was der hat. Ich will wissen, was der hat. Sag mir bitte, was der hat. Du, du. Bei der Schildcode hat's dann ziemlich schnell... Die müssen irgendwas Überkrasses haben. Oder irgendwas ganz, ganz Schlechtes. Das geht doch einfach nicht. Google das gleich. Zweimal noch. Das war das erste Mal. Das war wirklich das erste Mal jetzt. Unglaublich. Ah, er hat sich aufgeblasen. Mach nicht Zauber. Nee, komm einfach an. Warum denn... Warum denn... Ja, spinnst du. Also zu stehlen. Miss. Ah, wird nicht was. Miss. Hat er sich selbst gekillt, oder was? Ach, er ist einfach abgehauen. Hat er bloß Schaden gemacht? Och, sag mal. Ich konnte ihn nicht mal bestehlen. Aber wenn es so hart ist, von dem zu stehlen? Naja. Na gut, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Das können wir wirklich mal in Angriff nehmen. Mhm. Mach mal die erste. Es verwirkt mich, wenn da zweimal so ein komisches Zeug ist. So, nimm dich. Okay. So, und jetzt spring mal drüber. So, und dann können wir nach oben. Können wir auch. Oh, vielleicht besser. Oh, oh, oh. Ach. Ja, ja, okay. Oder das ÖV, indem du die linke oder die rechte Richtungstaste hast. Ey, wo bin ich denn? Ach, da. Ich drücke Kreis. Ich kann hier gerade irgendwie nur hoch. Okay. Wahrscheinlich fällt das jetzt. Hä? Moment, Moment, Moment. Moment. Ach so, ich kann da springen. Aber warum hat das nicht gemacht? Tu das ja. Den Kühler. Wo ist denn das Juwel? War ich das gefangen oder was? Das ergibt so einfach gar keinen Sinn. Kommt doch gar nicht nach links oder nach rechts runter geht nicht. Gab's da ein Juwel zu fangen oder was? Ja, aber warum kann ich da nicht hin? Kann ich zur Seite? Probier ich nochmal aus. Klingt interessant. Erwürgt mich aber eher. Wie gut, dass jemand weiß, dass ich Rumpelstilzinn heiße. Aber was ist denn jetzt mit dem Juwel? Ich will ein Juwel sehen. Zeig mir ein Juwel. Speichern. Achso, ja, nee, war ja nicht der Plan. Lass mich fallen. Ich will mich beantworten. Ich schmeiß mich runter. Seht ihr ein Juwel? Ich sehe aber auch gar kein Juwel. Aha. Ich bin rechts gelandet. Hast du Bock? Okay. Sternanhänger halten. Was wäre das andere? Ah, jetzt will ich aber eigentlich wissen, was das andere ist. Sternanhänger bringt uns, glaube ich, nicht so viel. Wo muss ich da auf Ausrüstung? Zubere, ne? Antigift. Antigift. Allein das ist halt schon ziemlich unfair, was ich mache. Ziemlich unfair. Das ist damit gemeint. Okay, ich dachte, hier fliegt ein Juwel, weil wir greifen ja. So, was ist das? Zauberstab. Oh, ich habe noch einen weißen Umhang. Was macht denn der Antifrosch-Klein? Krass. Krass. Drei. Jetzt habe ich gerade. Vollmantelstock. Bringt. Bringt. Ah, der hat aber Verbundene. Schwierig. Werde ich nicht benutzen. Verstärkung doppelt. Ne, das ergibt ja keinen Sinn. Dann kann ich nicht mehr alle benutzen. Zumindest jetzt momentan. Mal sehen, was sich da noch bei den Schachtdingern. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ergibt wirklich keinen Sinn. Weil die sind, ja, sind die einzigen, die verbunden sind. Nö, nö, nö. Achso, weißen Umhang. Schauen wir nochmal. Ob der Unkosinn ergibt. Wo waren wir? Stärke plus 10. Was haben wir? Oh, ne, das hier. Powergriff. Stärke plus 10. Ja, das ist sinnvoll. Warum kann ich jetzt nicht wechseln? Ah, okay. Anti-Gifte. Erschlossen. Kriegst du stärker zum Angreifen. Haben wir hier sonst noch? Anti-Schlaf, Anti-Dunkelheit. Ja, das ist glaube ich gut. Das hat, äh, Sternanhänger. Ah, Säge, Anti-Gift. Aber eigentlich ist ja sowas eher schlimm. Äh, Schlaf geht ja auch. Sie braucht Anti... Seht ihr das mal gehen? Weiß ich, ob es Sinn ergibt. Aber Schlaf stört ja nicht. Weil du kannst ja weiter zaubern, ne? Richtig. Okay. Haben wir hier schon das? Zweimal Maschinen-G-erhalten. Um zweimal. Eins für rechts, eins für links. Dumme Frage. Zauberkamm. Was war ich da gerade für eine Waffe? Ah, die, okay. Das ist gut. Alles schlecht. Habe ich drei Einzünder. Aber er macht halt extrem viel, ne? Das wäre halt geiler. Macht aber zu wenig Schaden. Ne, bleiben wir bei dem. Die Angriffe gerade sind schon Bombe. Ist, äh, Barrett-Waffe anscheinend. Komme ich hier rüber? Ah, von der anderen Seite wahrscheinlich wieder da hoch. Dann springen wir ab. Cool. Ist aber eine coole Funktion hier, ne? Oh, ist der erste Kampf hier drauf, ne? Uh, ist ja cool. Haben wahrscheinlich wieder nichts Geiles zum Stehen. Ähm. Dann machen wir einen Anblick. Und ich überlege, ob ich hier einen Aufruf starte. Oder? Ja komm, die sollen eine schön Schaden bekommen. Oder? Blitz 2 trifft nur ein. Blitz 1 trifft auch nur ein. Oh, weichgestuhlen. Aufruf starten? Ne, kommen wir einfach rein. So viel machen wir alle nicht. Ähm. Ich will es einfach immer ein bisschen stillen. Gebirge Kohle. Oh. Ist gut. Und der Scham ist ja nicht gefährlich. Konnte nicht stillen. Hat Tradition. Deiner Firma. Puh. Stehen. Probier mal. Warum hast du den? Na gut. Warum nicht? Torboge angegriffen. Weichgestuhlen. Was? Der liebt noch Donnerkuss. Äh. Stehen natürlich. Dahinter wäre ein gespannender. Oh. Red hat schon ein Wechsellimit. Äh. Lunaris Tempo müssen wir jetzt mal ausprobieren. Okay. Ist er auf uns oder was? Nicht, dass ich uns jetzt töte. Okay. Ich glaube, wir greifen einfach. Ah. Es fühlt sich einfach viel schneller. Ich kann noch schneller stehen. Okay. Ich weiß nicht, dass ich das Ding schon benutze. Was soll ich machen? Ähm. Ich werde allerdings mal, wenn ich noch kann. Okay. Ich hoffe, jetzt kommt kein Bosskampf. Ich würde sie gerne nochmal alle hochheilen. Ebener 1 alle. Ebener Schutz auch plus 1. Geil. Ja. Und wie es weitergeht, erfahrt er am nächsten Part. Schon wieder eine Stunde quasi rum. Ähm. In drei Tagen geht es weiter. Gerne Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020